Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. Heute sind wir zu dritt unterwegs. Ich habe einmal die Gummihand bei mir. Moin. Und den, ich weiß nur wie er auf TS heißt, JWCraft oder Pfeifenreiniger, wie ich ihn auch gerne nenne. Hallo. Pfeifenreiniger. Pfeifenreiniger nimmt heute auch auf. Ähm. Ja, wir spielen jetzt zusammen ein Ruiner 2000 Parcours Weihnacht und Nebel. Keine Ahnung. Ein Hoch auf alle Nightwinder-Fans. Tschüss. Nein, ich bin dort gesprungen, weil ich wusste, dass ich mit der Tasche bin. Ja, das ist blöd gelaufen. Ja, das stimmt. Hat das Ding keine Raketenwerfer oder so eine Scheiß? Ja, hat es eigentlich, wenn man Waffen benutzen dürfte. Also offiziell hat es sogar welche. Wow. Wenn ich jetzt das für Rennen noch gewinne, dann habe ich sowas noch Glück. Ich schleiche hier gerade den Berg hoch. Und, Achtung. Yes. Achterkontrollpunkt. Ich glaube, ich fahre hier mal wieder alleine. Yay. Röhren. NSD-Röhren. Ja. Nee, die ist nicht so schlimm. Das ist jetzt wirklich geil. Tron-Röhren. So, da kommt der nächste rausgesprungen. Ja, das bin ich ja. Das bin ich ja. Und da kommt der nächste raus. So, falsch mal mit auflösen. Doch, Mann. Klinge jetzt bei dir etwa. Ja, das ist immer Kotznahme. Easy. Musst du jetzt weg? Ich habe... Ich habe immer bei den Aufnahmen habe ich immer die Klinge. Ich habe so eine dröten Klingel. Naja, warum wäre es auch nicht möglich, die abzuschneiden. Aber immerhin, ich bin nicht mehr letzter. Doch, bin ich. Nein. Wenn seine Aufnahme noch läuft. Ich bin einfach total asozial. Lass dir einfach links. So, wieder dran. Hi. Oh, die Post. Die Post war da. Ja, immer die scheiß Post. Ja, ja. Ja, das hasse ich. Wer schreit denn bei uns im Treppenhaus so rum, meine Fresse? Zum Glück hört man das nicht. Keine Ahnung, was du bei deinem Mikrofon eingestellt hast, was man hören sollte und was nicht. Hast du die Schaltdämpfung an? Nee. Ich meine Tim. Ich meine Tim. Wieso? Wenn du die Schaltdämpfung an hast, hört man es nicht. Nee, es ist so leise, ich höre es ja gerade kaum noch. Na dann. Ich habe nur gerade den Sprung etwas verkackt. Ihr seid schon so vorne. Das hätte ich für ihn sagen sollen. Ihr habt schon den ersten Checkpoint dabei, weil ich gerade noch am zweiten Junster. Ja, sorry, ich musste gerade los mit der Post. Keine Ahnung warum, aber naja. Ja, ich glaube es auch erst mal am Checkpoint vorbei. So, ich lenke jetzt ein bisschen mit der Maus. Das ist das Lustige. Man kann auch jetzt mit der Maus so lenken. Nein, nein. Nee, ich bleibe bei Tastatur. Okay, bleibt ihr habt mich überzeugt. Okay, ich bin auch nicht besser. Ja, das ist nicht ein bisschen komisch. Man kann... Es ist ja auch passiert, denn es ist... Man kann mit der Maus lenken. Was? Hast du gesagt? Man kann mit der Maus lenken, wenn du links kriegst. Ja, was denkst du? Zweite Runde. Hat ja eben auch funktioniert. Kann ich mit der Kamera wieder mal abdrehen? Zweite Runde. Okay. Es gibt allerdings drei. Was? Ich bin grad mal beim Checkpoint... Saubere Runde. Ähm, 21 von 28. Meine Karre sieht aus wie durch einen Reißwolf gejagt. Und es heißt saubere Runde. Ich glaub's nicht. Wow. Leute, was war das denn? Da ist ich nicht gesehen, aber kann ich nicht beurteilen. Das müsst ihr euch unbedingt in der Aufnahme angucken. Bei circa fünf Minuten einfach mal in die Aufnahme reinspringen. Jo. Wir springen auch an die Epo gerne vorbei. Ja. Ach ja, Leute. Auf dieser... Auf dem einen... Ja, der Quatsch einfach dazwischen. Äh. Easy. Ich wollte grad sagen, ich bin jetzt auch schon am Vorproduzieren mittlerweile. Was? Ich fahr nächste Woche in Urlaub. Aber okay. Oh, ich glaub den Sprung werde ich sowas von verhauen. Ja, was denkst du, was ich grad... Guck mal, ich bin viel tiefer als du. Ich kann noch hier hinten. Genau an der Kante. Und? Wo geht's denn? Wie der da, wo es immer hingeht, eigentlich. Also, im Grunde genommen an die Nordsee. Ja. Alle. Hoppa. Boah, nein. Im Grunde genommen geht's dorthin, wo ich meine ersten Vlogs gedreht habe. Die es aber nicht mehr auf diesem Kanal zu sehen gibt. Schau. Äh, ich hab da mal bei Röhre gefailt. Würde ich sagen. Ach, jetzt kommt wieder diese seltsame Röhre. Ich denk, du gerier hier gleich. Ich denk, du gerier hier gleich. Hä? 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 Genau, ich krieg 100 RP für Scheiße-Bau. Ja, gut, ich muss respawnen. Hä? 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 Oh, wenn ich nicht rückwärts komme, dann komme ich auch nicht vorwärts. Es gibt so einen Tipp, der nennt sich FreeSpawn. Ich weiß. Entfernen, der ist nicht so. Nein. Doch. Och. Oh nein. Ich hab den Punkt nicht geschafft. Mann. Whoa, 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 whoa. Fuck it. Ey, ihr habt mich gar nicht überrundet, ne? Das werde ich eh noch entkriegen. Ich bin jetzt wieder in der nächsten Runde. Ich bin bei Schick. Bei 6 von 28. Hahaha. Und? Jetzt bin ich in Runde 3. Und jetzt bin ich so hoch? Ey, ne, ne? Das ist mein Ziel für heute. Ihn nochmals überrunden. Mach mal langsam auf Helfreiniger. Ja! Endlich! Ich hab den Punkt! Juhu! So schwer ist es auch das Rennen jetzt wirklich nicht. Bei dem langen Sprung, oder was? Ja, also wo reisen denn auf die Plattform bald? Weißt du noch, wo ich mich überschlagen hatte bei dir in der Nähe? Ja. Das war der einzige Punkt, wo ich in dem kompletten Rennen die Bremsen benutzen hab. Ich hatte grad durchgehend weh gedriftet. Und ich seh nix. Ich glaub ich hab grad gecheatet, aber okay. Hm, cheater! Jetzt hab ich endlich wieder... Jetzt bin ich im Rennen. Jetzt! Und du bist bei Wege schon. Okay. Also ich sag nix. Und dann fliegt er raus. Hallo hier unten! Hi! Geil! Ratte! Kurs dich! Ich hol dich! Mach! Ach, bin ich auch dumm! Im Gegensatz zu anderen Leuten brauche ich keine Bremse. Und da fliegt jemand. Schiebaut! Boah, 3 Minuten und 24 Sekunden seid ihr vor mir! Ach, nee! Nicht schon wieder die Rohre von vorne! Ey! Ey! Ähm! Na gut! Hab ja was gesagt! Und 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 und! Yes! Sag nicht, dass ich dich jetzt überholt hab! Hast du! Bäm! Überrundet! Überrundet? Du wurdest von Gummi! Die Gummi Hand! Die Gummi Hand! Überrundet! Ja, jetzt eine Frage an die Gummi Hand! Wann kommt auf deinem Kanal das Video, warum du die Gummi Hand heißt? Kommt noch! Ich hab momentan Probleme mit der einen Cam von mir. Mein PC will ihn nicht erkennen und da sind die meisten Küematerialien drauf. Warte doch ein bisschen! Okay! Eins, zwei, drei und tschüss! Ich bin 3 Sekunden vorm Gast gegangen! Das ist ne Weltkundmeisterleitung bei mir! Ach man! Ja, das war ne dumme Idee! Komm, stell dich hin, stell dich hin, stell dich hin, stell dich hin, stell dich hin! Welche Doppels kommt von da jetzt angefahren? Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Oh! Oh! Ich hab ne Idee! Aber abgefangen! Was tut ihr! Drei, zwei, eins! Ich muss noch eine Runde fahren. Noch eine Runde? Ja. Gut. Ich muss sagen, schau ich euch einfach mal zu. Ach, ne. Ich möchte die andere Person gerne zugucken. Kannst du bitte warten vorm Ziel? Das bringt doch eh nix. Wenn ich drin bin, geht doch eh die Zeit los. Nein. Ja, gut. Was war das denn jetzt? Legginess. Pfeifenreiniger beendet dieses Rennen nie. Immer. 15. 11.000. Gefällt mir. 335. Ich würde sagen, ein Rennen hauen wir noch raus. Das würde ich auch sagen. Wäre taumau. So, was wollen wir nehmen? Ähm. Ich bin dabei. Ich bin nicht immer gefahren. Egal. Jetzt musst du kommen. Hör doch nicht. Du wirst einfach nur im Kreis fahren. Hahaha. Trotzdem. Und? Ich sag nur all around the world. Wie. David? Garne. ich覺得 sie entspricht? Das war's. Erstmal Geld auf die Gummi-Hand wetten. Oh, danke! Ich hab auf dich und auf mich gewettet. Frage, wer von euch hat den pinken Ruin ab? Äh, den pinken Rocket Voltic? Ich bin hier die Crew, also. Ähm, ähm, ja gut, hab ich gesagt! Von wegen nur im Kreis fahren. Dann drängt er einen ab. Ähm, hier vorne ist es gleich als Kreis fahren. Ein bisschen. Ein bisschen. Hey, da. Literally, da, 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 da. Ich stehe aufsache, ich schleife einfach auf Boden entlang. Ja, guck mal. Die sind da, da, da. Ja, ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. er hat einen Fehler gemacht ich kann dir leider nicht sagen ich weiß nicht was ist was ist Fehler ich hänge noch auf der Piste er hat seinen guten Sprung ich hänge schon wieder auf den Boden was ist das denn komm schon nein ich habe einen Fehler gemacht komm her Tim ich habe respawned obwohl es nicht nötig gewesen wäre aufkommen Tim mach dir Feuer unter den Hintern wortwörtlich ja tschüss Tim Aus 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 Oh fuck, ich fliege viel zu weit Ach ja, könnt ihr euch mal beeilen, hier vorne wird's langsam langweil Ich wollte krass sagen, könnt ihr euch mal beeilen, hier vorne wird's langsam lang Da schiebt der mich einfach weg Tschüss Drückt der mich von der Piste runter in den Arsch Deine Rosette wird glühen Ich bin Pink Du Wichser Ja, was denn? Ist doch wohl erlaubt, oder? Nein, ist verboten Du wirst gleich wieder gekickt Nein Doch Oh Him, I'm behind you Das glaub ich dir nicht Ach, da ist er ja schon. Aber die Idee war gut, die Idee war gut. Die Idee war gut, ey. Die Idee war gut, ey. Ausführung mangelhaft. Schnauze, die war gut. Wenn du das gewesen wärst. Ist langweilig als erster, oder? Der Spaß findet immer hinten statt. Fui! Das stimmt. Ist ein bisschen langweilig. Könnt ihr ein bisschen kommen jetzt so langsam? Gut. Wird ein bisschen langweilig. Dennis, hast du Lust zu kommen? Ähm, ich will nicht sagen, also... Ich hatte eine. Ich hatte eine Brunde. Sagen Sie sogar. Ich hatte eine. Leider. Aha. Der da unten auf dem Boden. Lappen. 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 Du bist dann... Ich nicht weg. Lappen. Lappen. Wo bist du? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Genau neben mir! Boom! Wir sehen uns im Ziel! Ram ihn weg, Dennis! Wenn ich rankomme, ja! Alter, das wird ein knappes Rennen! Oh mein Gott! Jaaaa! Ach, schaff's! Geiles Match! Am Ende! Wird er schaffen! Ja oder nein! Es schafft er! Er hat 30 Sekunden für 8 Meter! Tim! Sag mir jetzt nicht das! Tim! Das wird noch was! Alles gut! Ich hätte so gelacht! Ich hätte so gelacht! Wenn du jetzt den Ziel-Checkpoint verfehlt hättest! Hätte ich auch gelacht! So! Und damit war's das wieder für eine weitere Folge! GTA Online! Mit komischen Leuten! Außer Dennis! Ohne! Ähm! Und ... eh eh eh! Wir sehen uns im nächsten Video wieder! Auf Wiedersehen! Tschü uh! Okay, das würde ich auch sagen! Wir sehen uns nächste Mal und Tschüss! collapses buildings solving